Von diesem Augenblick an betraf die Pest uns alle. Bis jetzt war jeder Bürger trotz der Verwunderung und der Besorgnis, die diese merkwürdigen Ereignisse mit sich brachten, an seinem gewohnten Platz seiner Arbeit nachgegangen, so gut er konnte. Aber als nun die Tore geschlossen waren, merkten sie, dass sie alle, auch der Erzähler, in der gleichen Falle saßen und dass sie sich damit abfinden mussten. So geschah es zum Beispiel, dass ein so urpersönliches Gefühl wie das der Trennung von einem geliebten Menschen plötzlich und schon in den ersten Wochen eine ganze Bevölkerung erfüllte und zusammen mit der Angst das größte Leid dieser langen Zeit der Verbannung bildete. Eine der auffälligsten Folgen der geschlossenen Tore war in der Tat die jähe Trennung, die die Menschen unvorbereitet traf. Mütter und Kinder, Ehegatten, Liebespaare, die sich vor wenigen Tagen auf kurze Zeit getrennt, die sich auf dem Bahnsteig mit zwei oder drei Ermahnungen verabschiedet hatten, in der Gewissheit, dass sie sich in ein paar Tagen oder Wochen wiedersehen würden, die sich erfüllt vom blinden Vertrauen der Menschen durch diese Abreise kaum von ihren gewohnten Gedankengängen ablenken ließen, sie alle waren mit einem Schlag hoffnungslos weit voneinander entfernt, unfähig zusammenzukommen oder miteinander zu reden. Denn die Tore waren ein paar Stunden vor der Bekanntmachung des Präfekten geschlossen worden und es war natürlich unmöglich, auf Einzelfälle Rücksicht zu nehmen. Man kann sagen, dass die erste Folge dieses schonungslosen Hereinbrechens der Krankheit unsere Mitbürger zu handeln zwang, als hätten sie keine persönlichen Gefühle. Während der ersten Stunden nach dem Inkrafttreten der Verordnung wurde die Präfektur von einem Heer von Bittstellern belagert, die telefonisch oder persönlich ihren Fall auseinandersetzten, der bei allen gleich dringlich war und gleich unberücksichtigt bleiben musste. Wir brauchten wirklich einige Tage, ehe uns klar wurde, dass wir uns in einer ausweglosen Lage befanden, in der die Wörter Verhandeln, Gunst, Ausnahme keinen Sinn mehr hatten. Sogar die geringe Befriedigung des Schreibens wurde uns versagt. Einerseits war die Stadt tatsächlich nicht mehr durch die gewöhnlichen Verkehrsmittel mit dem übrigen Land verbunden und andererseits untersagte eine neue Verordnung jeglichen Briefwechsel, um zu verhüten, dass die Briefe zu Infektionsträgern würden. Die Ferngespräche, die anfänglich erlaubt waren, hatten eine solche Überlastung der Leitung und der öffentlichen Telefonzellen zur Folge, dass sie nach einigen Tagen zunächst verboten und nachher streng auf sogenannte dringliche Fälle wie Tod, Geburt und Hochzeit beschränkt wurden. Uns blieben nur die Telegramme. Menschen, die einander mit Herz, Verstand und Sinnlichkeit verbunden waren, mussten die Zeichen dieser alten Gemeinsamkeit in den Druckbuchstaben einer Depesche von zehn Worten zusammensuchen. Und da die Wendungen, die in einem Telegramm zu gebrauchen sind, sich schnell erschöpfen, verdichteten sich lange, gemeinsam durchlebte Jahre oder schmerzliche Leidenschaften rasch zu einem regelmäßigen Austausch stehender Redensarten wie »Bin gesund«, »Denke an dich«, »Alles Liebe«. Als nach einigen Tagen feststand, dass es niemandem gelingen werde, die Stadt zu verlassen, wurde die Frage laut, ob es nicht möglich wäre, denjenigen die Rückkehr zu gestatten, die vor der Seuche weggegangen waren. Nach ein paar Tagen reiflicher Überlegung antwortete die Präfektur mit »Ja«. Doch es wurde betont, dass die Heimkehrer auf gar keinen Fall wieder aus der Stadt hinaus dürften, dass es ihnen wohl freistehe, zu kommen, nicht aber wieder zu gehen. Nur in einem einzigen Fall waren die menschlichen Gefühle stärker als die Angst vor einem qualvollen Tod, und es handelte sich nicht, wie man eigentlich erwartet hätte, um ein Liebespaar, das die Leidenschaft über alles Elend hinweg zueinander trieb. Es handelte sich um den alten Dr. Castell und seine Frau, die seit vielen Jahren verheiratet waren. Einige Tage vor der Epidemie hatte sich Frau Castell in eine benachbarte Stadt begeben. Die beiden führten nicht einmal eine jener Ehen, die der Welt als vorbildliches Muster des Glücks vor Augen stehen, und der Erzaehler darf behaupten, dass diese Eheleute sehr wahrscheinlich vorher gar nicht sicher waren, ob ihre Ehe sie befriedigte. Aber diese ploetzliche und lange Trennung hatte ihnen klargemacht, dass sie nicht ohne einander leben konnten, und dass neben dieser unvermutet entdeckten Wahrheit die Pest wenig Bedeutung hatte. So brachte die Pest unseren Mitbuergern als erstes die Verbannung. Aber wenn es auch die Verbannung war, so war es doch in den meisten Fällen die Verbannung bei sich zu Hause. Und obwohl der Erzaehler nur diese allgemeine Verbannung erlebt hat, darf er doch Menschen wie den Journalisten Rambert und andere nicht vergessen, fuer die die Leiden der Trennung sich vervielfachten, weil sie auf der Reise von der Pest ueberrascht worden waren und nun in der Stadt festgehalten wurden und auf diese Weise von dem Menschen, zu dem sie nicht zurueckkehren konnten und von ihrer Heimat abgeschnitten blieben. In der allgemeinen Verbannung waren sie am weitesten verbannt. Denn mit der Zeit wurden sie nicht nur wie alle anderen Beklommener, sie waren zudem noch an den Ort gebunden und stießen unablaessig an die Mauern, die ihren verpesteten Aufenthaltsort von ihrer Heimat schieden. Zweifellos waren sie es, die man zu allen Tageszeiten in der staubigen Stadt herumirren sah, wo sie stumm Abende, von denen nur sie wussten, und Morgenstunden aus ihrer Heimat heraufbeschworen. Waehrend unsere Mitbuerger versuchten, sich an die ploetzliche Verbannung zu gewoehnen, stellte die Pest Wachen an die Tore und leitete die Schiffe, die Uran anlaufen wollten, in andere Hefen um. Seit die Stadt abgeriegelt wurde, war kein einziges Fahrzeug mehr hereingekommen. Von diesem Tag an hatte man den Eindruck, die Autos begennen im Kreis herumzufahren. Auch der Hafen bot denen, die ihn von den Boulevards aus betrachteten, ein seltsames Bild. Die gewohnte Betriebsamkeit, die ihn zu einem der wichtigsten Häfen der Küste machte, war mit einem Schlag erloschen. Man sah nur noch ein paar Schiffe, die in Quarantäne lagen. Auf den Kreis zeugten die verlassenen Kräne, die umgestuerzten Lohren, gestapelte Fässer oder Säcke davon, dass auch der Handel an der Pest gestorben war. Trotz dieses ungewohnten Schauspiels hatten unsere Mitbuerger offenkundig Muehe zu begreifen, was ihnen zusties. Alle teilten wohl die gleichen Gefuehle wie Trennungsschmerz oder Angst, doch alle nahmen weiterhin ihre eigenen Angelegenheiten am wichtigsten. Niemand hatte die Krankheit wirklich akzeptiert. Die meisten waren hauptsächlich empfindlich für alles, was ihre Gewohnheiten storte oder ihren Vorteil bedrohte. Dadurch wurden sie gereizt oder aufgebracht und mit diesen Gefuehlen kann man der Pest nichts entgegenhalten. Doch auch jetzt war keine unmittelbare Wirkung auf die Oeffentlichkeit festzustellen. Die Meldung, dass die dritte Pestwoche 302 Tote gekostet habe, sprach die Einbildungskraft nicht an. Einerseits waren vielleicht gar nicht alle an der Pest gestorben und andererseits wusste in der Stadt niemand genau, wie viele Menschen in gewoehnlichen Zeiten pro Woche starben. Die Stadt hatte 200.000 Einwohner. Niemand wusste, ob diese Zahl der Todesfälle den normalen Verhaeltnissen entsprach. Das gehört gerade zu jenen genauen Feststellungen, um die man sich nie kümmert, obwohl sie von offensichtlicher Bedeutung sind. Es gab keine Vergleichsmöglichkeiten. Die Wahrheit wurde der Oeffentlichkeit nur langsam bewusst, während sie das Ansteigen der Todesfälle feststellte. In der fuenften Woche betrug die Zahl der Toten nämlich 321 und in der sechsten 345. Diese Zunahme sprach wenigstens eine deutliche Sprache. Aber sie war nicht deutlich genug, unsere Mitbuerger daran zu hindern, bei aller Besorgnis den Eindruck zu bewahren, dass es sich um eine zweifellos betruebliche, aber schliesslich doch nur voruebergehende Erscheinung handle. Also flanierten sie weiterhin auf den Straßen und ließen sich an den Tischen vor den Cafes nieder. Rieu telegraphierte seiner Frau, die Stadt sei abgeriegelt, es gehe ihm gut, sie muesse weiter an ihre Gesundheit denken und er denke an sie. Drei Wochen nach der Abriegelung der Stadt traf Rieu am Ausgang des Spitals einen jungen Mann, der auf ihn wartete und ihn mit den Worten ansprach, sie erkennen mich doch wieder. Rieu glaubte, ihn zu kennen, doch zögerte er. Ich bin vor diesen Ereignissen zu ihnen gekommen, fing der andere wieder an, um sie über die Lebensbedingungen der Araber um Auskunft zu bitten. Mein Name ist Raymond Rambert. Ach, natürlich. Nun, jetzt haben sie ja ein gutes Thema für einen Bericht. Der andere schien erregt. Er erklärte, es handle sich nicht darum, er sei vielmehr gekommen, um Dr. Rieu um einen Gefallen zu bitten. Es tut mir leid, aber ich kenne niemanden in dieser Stadt und der hiesige Mitarbeiter meiner Zeitung ist bedauerlicherweise schwachsinnig. Rieu schlug vor, er solle ihn bis zu einer Ordnung treffen müsse. Während sie durch die steilen Straßen zwischen den blauen, braun-gelben und violetten Wänden der maurischen Häuser dahinschritten, sprach Rambert in großer Erregung. Er hatte seine Frau in Paris gelassen. Das heißt, sie war eigentlich nicht seine Frau, aber es kam auf das gleiche heraus. Er hatte ihr sofort gekabelt, als die Stadt abgeriegelt wurde. Zuerst hatte er geglaubt, es handelte sich um eine vorübergehende Maßnahme und hatte nur versucht, schriftlich mit ihr in Verbindung zu bleiben. Seine Kollegen in Oran hatten ihm zu verstehen gegeben, dass sie nichts unternehmen könnten. Die Post hatte ihn abgewiesen und eine Sekretärin auf der Präfektur hatte ihn rundweg ausgelacht. Nach zweistündigem Schlangestehen hatte er schließlich erreicht, dass ein Telegramm angenommen wurde, in dem er klar, dass er ja eigentlich gar nicht wusste, wie lange das dauern konnte. Er hatte beschlossen, abzureisen. Da er gute Empfehlungen hatte, in seinem Beruf hat man gewisse Möglichkeiten, konnte er an einen Abteilungsleiter der Präfektur gelangen und ihm klar machen, dass er keine Bindung an Oran habe, nicht hierzubleiben gedenke, nur zufällig hierher geraten sei und es deshalb nur gerecht wäre, wenn man ihm erlaubte, vorzugehen, selbst wenn er sich nach Verlassen der Stadt einer Quarantäne unterziehen müsste. Der Abteilungsleiter hatte ihm versichert, er verstehe ihn sehr gut, doch man könne keine Ausnahmen machen. Er werde sich seiner annehmen, aber die Lage sei eben sehr ernst und man könne nichts mit Bestimmtheit sagen. Aber schließlich bin ich doch fremd in dieser Stadt. Gewiss, wir schließlich hatte Rieu versucht, Rambert zu trösten, indem er ihm vor Augen hielt, dass er in Uran den Stoff für eine Reihe spannender Berichte finden könne und dass genau genommen alles auch sein Gutes habe. Rambert zuckte die Achseln. Sie erreichten die Innenstadt. Es ist unsinnig, verstehen Sie, Herr Doktor, ich bin nicht in die Welt gesetzt worden, um Berichte zu schreiben, aber vielleicht bin ich in die Welt gesetzt worden, um mit einer Frau zu leben. Ist das nicht nur natürlich? Rieu sagte, dass es auf jeden Fall vernünftig scheine. Es ist nämlich so, dass wir uns erst seit kurzem kennen und uns gut verstehen. Aber ich langweile sie. Ich wollte sie bloß fragen, ob sie mir nicht bescheinigen könnten, dass ich diese verdammte Krankheit nicht habe. Ich glaube, das würde mir helfen. Ich versichere ihnen, dass ich sie verstehe. Aber ihre Überlegungen sind falsch. Ich kann ihnen diese Bescheinigung nicht ausstellen, weil ich in Wahrheit doch gar nicht weiß, ob sie die Krankheit haben oder nicht. Und weil es mir sogar in diesem Fall unmöglich wäre, zu bestätigen, dass sie nicht angesteckt werden, während sie von meinem Untersuchungszimmer zur Präfektur gehen. Und selbst wenn Und Und selbst wenn Und selbst wenn ich ihnen dies Zeugnis gäbe, würde es ihnen nichts nützen. Warum nicht? Weil in dieser Stadt Tausende in ihrer Lage sind und man sie doch nicht fortgehen lassen kann. Aber wenn sie selbst die Pest nicht haben, das ist kein ausreichender Grund. Ich weiß wohl, dass diese ganze Angelegenheit unsinnig ist, aber sie betrifft uns alle. Man muss sie nehmen, wie sie ist. Aber ich bin doch nicht von hier. Leider werden sie von jetzt an von hier sein, wie alle anderen auch. Ich sage ihnen, es ist eine Frage der Menschlichkeit. Vielleicht machen sie sich nicht klar, was eine Trennung wie die gegenwärtige für zwei Menschen bedeutet, die sich gut verstehen. Rieu antwortete nicht sofort. Dann sagte er, er glaube es zu wissen. Er wünsche von ganzem Herzen, dass Rambert seine Frau wiederfinde und dass alle Liebenden vereint würden. Aber es gebe Erlasse und Gesetze, es gebe die Pest. Seine Aufgabe bestehe darin zu tun, was getan werden musste. Nein, sie können das nicht verstehen. Sie sprechen die Sprache der Vernunft. Der Arzt hob die Augen und sagte, er wisse nicht, ob er die Sprache der Vernunft spreche, doch sei es wohl die Sprache der Tatsachen und das sei nicht unbedingt das Gleiche. Das heißt also, dass ich mich anders durchschlagen muss? Ich werde diese Stadt verlassen. Der Arzt sagte, er verstehe auch das, aber es gehe ihnen nichts an. Doch, es geht sie etwas an. Ich bin zu ihnen gekommen, weil mir gesagt wurde, dass sie die Verordnung weitgehend mitbestimmt haben. Da habe ich gedacht, dass sie wenigstens für einmal das lösen könnten, was sie erstellen halfen. Aber das ist ihnen gleichgültig, sie haben an niemanden gedacht, sie haben nicht mit denen gerechnet, die getrennt wurden. Rieu gab zu, dass dies in gewissem Sinne wahr sei, er habe nicht damit rechnen wollen. Aha, ich verstehe, sie wollen vom Dienst an der Öffentlichkeit sprechen, aber das Wohl des Volkes beruht auf dem Glück des einzelnen Bürgers. Ja, aber nicht allein. Man darf nicht richten, aber sie haben Unrecht, wenn sie wütend werden. Wenn sie aus dieser Sache herauskommen, werde ich sehr glücklich sein. Nur gibt es eben Dinge, die mein Amt mir untersagt. Gewiss, ich habe Unrecht, mich aufzuregen. Außerdem habe ich sie lange genug aufgehalten. Rieu bat, er möge ihn über seine Schritte auf dem Laufenden halten und keinen Groll gegen ihn hegen. Es gäbe sicher eine Ebene, auf der sie sich verstehen könnten. Ich glaube, ja, ohne es zu wollen und trotz allem, was sie mir gesagt haben. Aber ich kann ihnen nicht beipflichten. Rambert drückte seinen Hut in die Stirn und entfernte sich mit raschen Schritten. Nach einem Augenblick schüttelte der Arzt den Kopf. Rambert hatte recht mit seinem ungeduldigen Verlangen nach Glück. Aber hatte er auch recht, wenn er ihn anklagte? Rieu wusste nur, dass es nicht leicht war. Es war zum Beispiel nicht leicht, das Hilfsspital, es gab jetzt deren drei, zu leiten, das ihm unterstellt worden war. Er hatte einen Raum, der an das Untersuchungszimmer grenzte, als Aufnahmezimmer einrichten lassen. Auf dem Boden bildete die Kresol-Lösung einen See, in dessen Mitte sich eine kleine Backstein-Insel befand. Der Kranke wurde auf die Insel getragen und drasch ausgezogen, während seine Kleider in die Lösung fielen. Dann wurde er gewaschen, abgetrocknet, mit dem groben Spitalhemd bekleidet, von Rieu übernommen und schließlich in einen der Säle gebracht. Man hatte sich gezwungen gesehen, die Nebengebäude einer Schule zu verwenden, sie enthielten nun insgesamt 500 Betten, die fast alle belegt waren. Am Morgen leitete Rieu selbst die Aufnahme der Kranken, impfte sie, schnitt Beulen auf, überprüfte noch die Statistik und empfing dann am Nachmittag die Patienten, die ihn aufsuchten. Am Abend machte er schließlich seine Besuche und kehrte spät in der Nacht zurück. Am Vorabend hatte seine Mutter ihm ein Telegramm seiner Frau hingestreckt und dabei bemerkt, wie seine Hände zitterten. Ja, aber wenn ich mich zusammennehme, bin ich nicht so fahrig. Er war kräftig und widerstandsfähig und er war auch tatsächlich noch nicht ermüdet. Aber diese Besuche zum Beispiel, die wurden ihm unerträglich. Das Pestfieber Feststellen hieß, den Schasch abholen lassen. Dann wurde es allerdings schwer, denn die Angehörigen wussten, dass sie den Kranken nur geheilt oder tot wiedersehen würden. Erbarmen, Herr Doktor! Was hieß das? Natürlich hatte er Erbarmen, aber das brachte niemanden weiter. Man musste telefonieren, bald darauf ertönte das Bimmeln des Krankenwagens. Am Anfang öffneten die Nachbarn ihre Fenster und schauten zu. Später schlossen sie sie hastig. Dann begannen die Kämpfe, die Tränen, die Überredung. In diesen von Fieber und Todesangst überhitzten Wohnungen spielten sich Szenen des Irrsinns ab. Doch der Kranke wurde fortgetragen. Rieu Rieu konnte gehen. Die ersten Male hatte er sich auf das Rufen des Krankenwagens beschränkt und war ohne auf ihn zu warten zu anderen kranken geeilt. Aber die Angehörigen hatten inzwischen die Tür verschlossen und zogen die Nähe der Pest einer Trennung, deren Ausgang sie jetzt kannten, vor. Schreie, ausdrückliche Befehle, Eingreifen der Polizei und später der Soldaten, der Kranke wurde im Sturm erobert. Während der ersten Wochen war Rieu gezwungen, bis zum Eintreffen des Krankenwagens dazubleiben. Dann, als jeder Arzt auf seinen Besuchen von einem freiwilligen Aufsichtsbeamten begleitet wurde, konnte Rieu wieder von einem Kranken zum anderen eilen. Nach diesen aufreibenden Wochen, nach all den Abenden, da die Bewohner der Stadt in die Straßen strömten, um sich dort im Kreis zu bewegen, verstand Rieu, dass er sich nicht mehr gegen das Mitleid wehren musste. Man wird des Mitleids müde, wenn das Mitleid nutzlos ist. Zu fühlen, wie sein Herz sich allmählich in sich selbst verschloss, brachte Dr. Rieu während jener erdrückenden Tage die einzige Linderung. Er wusste, dass ihm dadurch seine Aufgabe erleichtert wurde. Deshalb war er darüber froh. Das Ende des ersten Pestmonats wurde durch eine deutliche Verschlimmerung der Seuche verdüstert und eine heftige Predigt des Jesuiten Paters Panelu, der damals dem alten Michel beim Ausbruch seiner Krankheit beigestanden hatte. Pater Panelu hatte sich mit einer Reihe von Vorträgen über den modernen Individualismus eine größere Zuhörerschaft erworben, als sie ein Fachmann gewöhnlich findet. Er hatte leidenschaftlich ein anspruchsvolles Christentum gefordert, das von der modernen Freidenkerei so entfernt sein sollte, wie vom Obskurantismus der vergangenen Jahrhunderte. Bei dieser Gelegenheit hatte er sich nicht gescheut, seinen Zuhörern einige bittere Wahrheiten zu sagen. Daher sein Ruf. Nun beschlossen gegen Ende dieses Monats die Kirchenbehörden unserer Stadt, mit ihren Mitteln gegen die Pest zu kämpfen und eine Woche des gemeinschaftlichen Gebets durchzuführen. Diese Kundgebungen der öffentlichen Frömmigkeit sollten am Sonntag mit einer feierlichen Messe zu Ehren des Pestheiligen St. Rochus ihren Abschluss finden. Man hatte Pater Panelu gebeten, bei diesem Anlass das Wort zu ergreifen. Seit 14 Tagen hatte sich dieser von seinen Arbeiten über Augustinus und die Afrikanische Kirche losgerissen, dank derer er in seinem Orden eine Sonderstellung einnahm. Heftig und leidenschaftlich wie er war, hatte er die ihm übertragene Aufgabe entschlossen angenommen. Schon lange vorher wurde in der Stadt von jener Predigt gesprochen, die auf ihre Weise einen wichtigen Tag in der Geschichte jener Zeit markierte. Die Gebetswoche wurde von vielen Menschen besucht, nicht etwa, dass für gewöhnlich die Einwohner von Oran besonders fromm gewesen wären, am Sonntag Morgen zum Beispiel machten die Meerbäder der Messe ernsthaft Konkurrenz. Es war auch nicht so, dass eine plötzliche Bekehrung sie erleuchtet hätte, aber einerseits war die Stadt abgeriegelt und der Hafen gesperrt und damit das Baden unmöglich und andererseits konnten sie spüren, dass sich etwas verändert hatte, obwohl sie sich im tiefsten Herzen die verwirrenden Veränderungen, die sie trafen, noch nicht eingestanden. Von den Leuten, die die Gebetswoche mitmachten, hätten zum Beispiel die meisten dem zugestimmt, was ein Gläubiger Dr. Rieu gegenüber äußerte, auf jeden Fall schadet es nicht. Auf alle Fälle war unsere Kathedrale während der ganzen Woche beinahe bis auf den letzten Platz besetzt und am Sonntag füllte eine beträchtliche Menschenmenge das Kirchenschiff, drang bis auf den Vorplatz und stand noch auf den obersten Treppenstufen. Ein Geruch von Weihrauch und feuchtem Stoff schwebte in der Kirche, als Pater Panelou die Kanzel bestieg. Meine Brüder, ihr seid im Unglück, Was folgte, schien logisch nicht zu diesem pathetischen Anfang zu passen. Erst im weiteren Verlauf begriffen unsere Mitbürger, dass der Pater rhetorisch geschickt in einem Satz wie mit einem Keulenschlag das Thema der ganzen Predigt ausgedrückt hatte. Panelou las nämlich sogleich nach diesem Anfang den Text über den Auszug aus dem von der Plage heimgesuchten Ägypten und sagte, das erste Mal erscheint diese Geißel in der Geschichte um die Feinde Gottes zu strafen. Pharao widersetzt sich den Absichten des Ewigen und die Plage zwingt ihn in die Knie. Seit allem Anfang der Geschichte wirft die Geißel Gottes die Hochmütigen und die Verblendeten zu seinen Füßen nieder. Bedenkt das und fallt auf die Knie. Wenn euch heute die Pest anschaut, so deshalb, weil der Augenblick des Nachdenkens gekommen ist. Die Gerechten brauchen sich nicht davor zu fürchten, aber die Bösen haben Grund zu zittern. In der unermesslichen Scheune des Weltalls wird der unerbittliche Dreschflegel das menschliche Korn dreschen, bis die Spreu vom Weizen geschieden ist. Es wird mehr Spreu geben als Weizen, mehr berufene als Auserwählte und dieses Unglück ist Zu lange hat diese Welt sich mit dem Bösen vertragen, zu lange hat sie sich auf das göttliche Erbarmen verlassen. Man musste nur bereuen, dann war alles erlaubt, und jeder war sich seiner Reue sicher. Wenn es darauf ankam, würde man sie gewiss empfinden, bis dahin wäre es am einfachsten, wenn man sich gehen ließe, das göttliche Erbarmen würde schon für das übrige Leids den Menschen dieser Stadt zu gekehrt. Jetzt hat er des Wartens müde, enttäuscht in seiner ewigen Hoffnung seinen Blick abgewendet. Des göttlichen Lichtes beraubt, sind wir jetzt für lange Zeit in die Finsternis der Pest gestürzt. Die Zeit der Besinnung ist gekommen. Ihr habt geglaubt, wenn ihr Gott am Sonntag einen Besuch machtet, genüge das, um die übrigen Tage frei zu sein. Ihr habt gedacht, ein paar Kniebeugen entschädigten ihn wohl für eure verbrecherische Sorglosigkeit. Aber Gott ist nicht gleichgültig. Diese seltenen Bezeigungen waren nicht genug für seine verzehrende Liebe. Er wollte euch länger sehen. Das ist seine Art, euch zu lieben. Und in Wahrheit ist es die einzige Art zu lieben. Nun ist er müde geworden, auf euer Kommen zu warten. Darum lässt er die Geißel euch heimsuchen, wie er alle sündigen Städte heimgesucht hat, seit die Menschen eine Geschichte haben. Ihr wisst jetzt, was die Sünde ist, wie Kain und seine Söhne es gewusst haben, wie die Menschen vor der Sintflut, wie die in Sodom und Gomorrah, wie Pharao und Hiob und wie alle Verdammten. Und wie alle diese schaut ihr mit neuen Augen auf die Menschen und die Dinge seit dem Tag, da diese Stadt ihre Mauern um euch und die Heimsuchung geschlossen hat. Jetzt endlich wisst ihr, dass es um das Letzte geht. Ich weiß, dass sich viele unter euch fragen, worauf ich hinaus will. Ich will euch zur Wahrheit bringen und euch lehren, euch zu freuen, trotz allem, was ich gesagt habe. Die Zeit ist vorüber, da gute Ratschläge oder eine brüderliche Hand die Mittel waren, mit denen ihr auf den rechten Weg zu führen wart. Heute ist die Wahrheit ein Befehl und ein glühender Spieß Zeigt euch den Weg des Heils und stößt euch darauf. Hier, liebe Brüder, wird endlich das göttliche Erbarmen offenbar, das in jedes Ding das Gute und das Böse legt, den Zorn und das Mitleid, die Pest und das Heil. Sogar die Geißel, die euch martert, erhebt euch noch und zeigt euch den Weg. Vor langer Zeit sahen die Christen Abessiniens Mittel, um in die Ewigkeit zu gelangen. Diejenigen, die nicht angesteckt waren, wickelten sich in die Bettlaken der Pestkranken, um ganz sicher zu sterben. Natürlich ist diese Heilssucht nicht zu empfehlen. Sie verrät eine bedauerliche Überstürzung, die an Hochmut grenzt. Man darf es nicht eiliger haben als Gott. Und alles, was die unveränderliche Ordnung, die er ein für allemal festgesetzt hat, beschleunigen will, führt zur Ketzerei. Aber dieses Beispiel birgt wenigstens eine Lehre. Für uns, die wir klarer sehen, lässt es einfach jenen wunderbaren Schein der Ewigkeit hervortreten, der auf dem Grund jedes Leides ruht. Dieser Schein erhält die dämmerigen Wege, die zur Erlösung führen. Er offenbart den göttlichen Willen, der ohne Unterlass das Böse in Gutes verwandelt. Auch heute noch führt er uns auf diesen Pfaden von Tod, Angst und Geschrei der letzten Stille und dem Urquell allen Lebens entgegen. Liebe Brüder, darin liegt der unermessliche Trost, den ich euch bringen wollte, damit ihr nicht nur Züchtigung von hinnen traget, sondern auch ein Wort der Linderung. Mit gedämpfter Unruhe rafften die Zuhörer verstohlen ihre sieben Sachen zusammen. Der Pater ergriff jedoch das Wort noch einmal und sagte, nachdem er den göttlichen Ursprung der Pest und die strafende Absicht der Heimsuchung aufgezeigt habe, sei er fertig und wolle in einer so tragischen Angelegenheit keine unangebrachte Beretsamkeit entfalten. Es scheine ihm, es müsse allen alles klar sein. Er erinnerte nur daran, dass anlässlich der großen Pest von er müsse in der Hölle leben, ohne jede Hilfe und ohne jede Hoffnung. Nun gut, Mathieu Marais war blind gewesen. Pater Panolou hatte im Gegenteil nie mehr als heute die göttliche Hilfe und die christliche Hoffnung gespürt, die allen dargeboten wurden. Er hoffte gegen jede Hoffnung, dass trotz des Entsetzens dieser Tage und der Schreie der Sterbenden unsere Mitbürger das einzige Wort an den Himmel richten würden, das christlich und deshalb ein Wort der Liebe sei. Gott werde das Übrige tun. Ob diese Predigt unsere Mitbürger beeinflusste, ist schwer zu sagen. Der Untersuchungsrichter Auton erklärte Dr. Rieu, er habe die Ausführungen von Pater Panolou absolut unwiderlegbar gefunden. Aber nicht alle waren so entschiedener Meinung. Immerhin verhalf die Predigt einigen zur Klärung, des bisher verschwommenen Eindrucks, dass sie eines unbekannten Verbrechens wegen zu einer unvorstellbaren Gefangenschaft verurteilt waren. Und während die einen ihr kleines Leben weiterlebten und sich der Einkerkerung anpassten, begann der Gedanke an Flucht aus diesem Gefängnis andere völlig zu beherrschen. Panik zu Ent zu fliehen. Aber sie taten es mit größerer Zähigkeit und mehr Geschick, wenn auch nicht mit mehr Erfolg. Sein Hauptgrund war immer der, dass er fremd war in unserer Stadt und dass sein Fall deshalb gesondert zu prüfen sei. Im Allgemeinen gaben die Leute das gern zu, aber meistens hielten sie ihm vor Augen, dass sich noch andere Menschen in dieser Lage befänden und dass infolgedessen seine Angelegenheit nicht so einzig dastehe, wie er es sich vorstelle. Rambert mochte erwidern, dass sich damit an seiner Beweisführung nichts ändere. Worauf er zur Antwort erhielt, es ändere aber etwas an den verwaltungstechnischen Präzedenzfall zu schaffen und diesen Ausdruck gebrauchte man nur mit großem Widerwillen. Nach der Einteilung, die Rambert Dr. Rieu vorschlug, gehörten diese Miesmacher zur Klasse der Formalisten. Außer ihnen gab es noch die Schönredner, die dem Bittsteller versicherten, dass alles könne nicht lange dauern, die, wenn man Entscheidungen verlangte, vor guten Ratschlägen troffen und Rambert mit der Erklärung troesteten, es handele sich nur um eine vorübergehende Unannehmlichkeit. Dann gab es die Wichtigtour, die dem Besucher baten, seinen Fall schriftlich zusammenzufassen und die ihm mitteilten, sie würden über eben diesen Fall beschliessen. Die Leichtfertigen, die ihm Übernachtungsgutscheine oder Adressen billiger Pensionen anboten, die Planmäßigen, die einen Zettel ausfüllen ließen, den sie nachher einordneten, die Überbeanspruchten, die die Arme gen Himmel warfen und jene Belästigten, die ihre Augen abwandten. Schließlich traf man am häufigsten die üblichen Beamten, die Rambert an ein anderes Büro wiesen oder ihm einen neuen Schritt empfahlen. Rambert bemerkte mit einem Anflug von Bitterkeit zu Rieu, der einzige Vorteil sei gewesen, dass ihm dies alles die wirkliche Lage verschleiert habe. Die Fortschritte der Pest entgingen ihm fast ganz. Und außerdem verflogen die Tage so schneller. Und bei den Verhältnissen, die in der Stadt herrschten, konnte man wohl sagen, dass jeder vergangene Tag jeden Menschen dem Ende seiner Prüfung näher brachte, vorausgesetzt, dass er nicht vorher starb. Rieu musste zugeben, das sei wohl richtig, aber doch ein bisschen zu allgemein gefasst. Rambert verbrachte auch viel Zeit im Bahnhof. Der Zugang zu den Bahnsteigen war untersagt, aber die Wartesaele, die von außen zu betreten waren, blieben geöffnet, und weil sie schattig und kühl waren, ließen sich an heißen Tagen manchmal Bettler darin nieder. Rambert kam und las alte Fahrpläne, die Schilder, die das Spucken verboten und die bahnpolizeilichen Vorschriften. Dann setzte er sich in eine Ecke. Der Raum war düster, ein alter gusseiserner Ofen war seit Monaten abgekühlt, an den Wänden lockten ein paar Plakate zu einem glücklichen und freien Leben in Cannes oder Mordol. Rambert rührte hier an jene entsetzliche Freiheit, die in der tiefsten Verarmung zu finden ist. Er erzählte Rieu, die Bilder, die er am schwersten ertrüge, seien die von Royale, der Gare du Nord, die menschenleeren Viertel ums Panthion und ein paar andere Orte in einer Stadt, von der er nicht gewusst hatte, dass er sie so liebte, verfolgten ihn, setzten ihn außer Stande etwas zu unternehmen. Drieu dachte nur, er setzte diese Bilder an die Stelle seiner Liebe. An dem Tag, da Rambert ihm sagte, er erwache gern morgens um vier Uhr, um an seine Stadt zu denken, erkannte der Arzt aus eigener Erfahrung, dass er dann an die Frau dachte, die er zurückgelassen hatte. Denn das war die Stunde, da er sie fassen konnte. Kurz nach der Predigt begann die große Hitze. Der Monat Juni ging zu Ende. Die Sonne verfolgte unsere Mitbürger bis in den hintersten Straßen Winkel und traf sie mit voller Wucht, wenn sie still standen. Da diese erste Hitzewelle von einem jähen Ansteigen der Todesfälle begleitet war, die sich auf ungefähr 700 in der Woche beliefen, bemächtigte sich eine gewisse Niedergeschlagenheit der Stadt. Die Zusammenstöße an den Toren, in deren Verlauf die Polizei von ihren Waffen Gebrauch machen musste, schufen eine dumpfe Aufregung. Die Unzufriedenheit wuchs ständig, sodass die Maßnahmen zu ergreifen wären, falls die von der Seuche geknechtete Bevölkerung rebellieren sollte. Patrouillen durchstreiften die Stadt. Von Zeit zu Zeit ertönten Schüsse, ein kürzlich erlassener Befehl beauftragte Sonderkommandos, Hunde und Katzen zu töten, da sie Flöhe übertragen konnten. Dieses trockene Knallen verstärkte noch die Alarmstimmung in der Stadt. Tarou fuhr fort, seine Lieblingspersonen zu beobachten. Katzen fuhrte ein tragisches Dasein. Eines Morgens hatten nämlich Schüsse geknallt und das gespuckte Blei, wie Tarou schrieb, hatte die meisten Katzen getötet und die übrigen so erschreckt, dass sie die Straße endgültig verließen. Am selben Tag war der Alte zur gewohnten Zeit auf seinen Balkon getreten, hatte sich gewundert, hinausgebeugt, forschend die Straße hinauf- und hinabgeblickt und sich dann zum Warten entschlossen. Er hatte eine Weile gewartet, auf das Geländer getrommelt, ein wenig Papier zerfetzt, war hineingegangen, wieder herausgekommen, dann war er nach geraumer Zeit plötzlich verschwunden und hatte wütend die Fenstertüren hinter sich geschlossen. An den folgenden Tagen wiederholte sich der Vorgang, aber in den Zügen des kleinen Alten konnte man immer deutlicher Traurigkeit und Verwirrung lesen. Nach einer Woche wartete Tarou vergeblich auf die tägliche Erscheinung und die Fenster blieben hartnäckig gegen einen nur zu verständlichen Kummer geschlossen. Verboten in Pestzeiten auf Katzen zu spucken, folgerte Tarou in seinem Tagebuch. Wenn er abends heimkehrte, traf Tarou in der Halle des Hotels die düstere Gestalt des Nachtportiers, der auf und ab spazierte, er erinnerte jedermann daran, dass er die Ereignisse vorausgesehen habe. Als Tarou zugab, er habe wohl ein Unglück prophezeit, aber doch von einem Erdbeben gesprochen, antwortete der alte Nachtwächter, ach, wenn's nur ein Erdbeben wäre, ein tüchtiger Stoß und damit Schluss. Man zählt die Toten, die Lebenden und der Spaß ist zu Ende. Aber diese verfluchte Krankheit, sogar die, die sie nicht haben, tragen sie im Herzen. Tarou bat um eine Unterredung mit Rieu. An dem Abend, an dem Dr. Rieu ihn erwartete, betrachtete der Arzt gerade seine Mutter, die gelassen auf einem Stuhl in einer Ecke des Esszimmers saß. Dort verbrachte sie ihre Tage, wenn sie sich nicht mehr um den Haushalt kümmern musste. Die Hände im Schoß wartete sie. Rieu war nicht einmal sicher, ob sie ihn erwartete. Indessen veränderte sich etwas im Gesicht seiner Mutter, wenn er erschien. Wird man die schummrige Beleuchtung während der ganzen Pest beibehalten? fragte Frau Rieu. Wahrscheinlich. Wenn es nur nicht bis in den Winter hinein dauert, dann wäre es traurig. Ja. Er bemerkte, wie seine Mutter ihm auf die Stirn blickte. Er wußte, dass die Unruhe und Überanstrengungen der letzten Tage sein Gesicht zerfurcht hatten. Ist es nicht gut gegangen heute? fragte Frau Rieu. Ach, wie gewöhnlich. Wie gewöhnlich. Das hieß, dass das neue aus Paris geschickte Serum nicht so wirksam schien wie die erste Sendung und dass die Zahl der Fälle stieg. Es war noch immer nicht möglich, mehr Menschen vorbeugend zu impfen als die Angehörigen der bereits Erkrankten. Um eine allgemeine Impfung durchzuführen, hätte es ungeheurer Mengen des Serums bedurft. Hast du Angst, Mutter? In meinem Alter fürchtet man nicht mehr viel. Die Tage sind so lang und ich bin nie mehr daheim. Es ist mir gleich, auf dich zu warten, wenn ich denke ich daran, was du machst. Hast du Nachrichten? Ja, wenn ich dem letzten Telegramm glauben darf, geht alles gut, aber ich weiß, dass sie das schreibt, um mich zu beruhigen. Es klingelte an der Tür. Der Arzt lächelte seiner Mutter zu und erhob sich, um zu öffnen. Im Halbdunkel des Treppenhauses sah Tarou aus wie ein großer, grau gekleideter Bär. Rieu bat seinen Besucher, vor dem Schreibtisch Platz zu nehmen. Er selber blieb hinter seinem Sessel stehen. Ohne weitere Einleitung sagte Tarou, ich weiß, dass ich ganz offen mit Ihnen sprechen kann. In 14 Tagen oder in einem Monat werden Sie hier völlig überflüssig sein. Die Ereignisse wachsen Ihnen über den Kopf. Es stimmt. Die Organisation des Sanitätsdienstes ist schlecht. Es dies stimmte. Ich habe erfahren, dass die Präfektur eine Art Zivildienst ins Auge fasst, um alle gesunden Männer zum allgemeinen Rettungsdienst heranzuziehen. Sie sind gut unterrichtet, aber die Unzufriedenheit ist so schon groß und der Präfekt zögert. Darum rufen sie keine Freiwilligen auf. Wir haben es versucht, aber mit geringem Erfolg. Man hat es von Amts wegen versucht und ohne daran zu glauben. hinter den Heimsuchungen her und die Heilmittel, die sie erfinden, reichen knapp für einen Schnupfen. Wenn wir sie machen lassen, werden sie zugrunde gehen und wir mit ihnen. Wahrscheinlich. Allerdings haben sie auch daran gedacht, die Gefangenen das verrichten zu lassen, was ich die groben Arbeiten nennen möchte. Ich würde freie Menschen vorziehen. Ich auch. Aber warum eigentlich? Ich verabscheue Todesurteile. Und nun habe ich einen Plan, um einen freiwilligen Sanitätsdienst zu organisieren. Erlauben sie mir, mich darum zu kümmern und lassen wir die Verwaltung beiseite. Sie ist sowieso überlastet. Ich habe überall ein paar Freunde. Die werden den ersten Kern bilden. Und ich werde selbstverständlich auch mitmachen. Sie können sich denken, dass ich natürlich mit Freuden Ja sage. Hilfe ist nötig. Besonders in unserem Aber Sie wissen, dass diese Arbeit tödlich sein kann. Jedenfalls muss ich Sie darauf aufmerksam machen. Haben Sie es sich gut überlegt? Wie denken Sie über Panelous Predigt, Herr Doktor? Ich habe zu lange in Spitälern gelebt, um den Gedanken einer Kollektivstrafe zu lieben. Aber wissen Sie, die Christen sprechen manchmal so, ohne es je wirklich zu denken. Sie sind besser, als sie scheinen. Und doch glauben Sie, wie Panelous, dass die Pest auch ihr Gutes hat, dass sie die Augen öffnet, dass sie zum Denken zwingt. Wie alle Krankheiten auf dieser Erde. Aber was für die Übel dieser Welt gilt, das gilt auch für die Pest. Das kann ein paar wenigen dazu verhelfen, zu wachsen. Wer jedoch das Elend und den Schmerz sieht, die die Pest bringt, muss wahnsinnig blind oder feige sein, um sich mit ihr abzufinden. Aber Sie haben mir nicht geantwortet. Haben Sie es sich gut überlegt? Glauben Sie an Gott, Herr Doktor? Nein. Aber was heißt es schon? Ich tappe im Dunkeln und versuche dennoch klar zu sehen. Ich habe schon lange aufgehört, das originell zu finden. Unterscheidet Sie das nicht von Panelou? Ich glaube nicht. Panelou ist ein Büchermensch. Er hat nicht genug sterben sehen und deshalb spricht er im Namen einer Wahrheit. Aber der geringste Priester, der auf dem Land seine Gemeinde betreut und dem Atem eines Sterbenden gelauscht hat, denkt wie ich. Er wird im Elend zuerst helfen, ehe er seine Vorzüge aufzeigt. Aber lassen wir das, wenn Sie nicht antworten wollen. Darf ich mit einer Frage antworten? Sie lieben Geheimnisse. Also gut. Sehen Sie, weshalb zeigen Sie selbst so viel Aufopferung, wenn Sie doch nicht an Gott glauben? Ihre Antwort wird mir vielleicht helfen, die meine zu finden. Wenn er an einen allmächtigen Gott glaubte, würde er aufhören, die Menschen zu heilen und diese Sorge ihm überlassen. Aber kein Mensch auf der ganzen Welt, nein, nicht einmal Panelou, glaube an einen solchen Gott, obwohl er daran zu glauben, glaube, denn es gebe sich ihm ja niemand völlig hin und er Rieu glaube, wenigstens in dieser Beziehung auf dem Weg zur Wahrheit zu sein, indem er gegen die Schöpfung so wie sie sei ankämpfe. Ach, dies ist also das Bild, das sie sich von ihrem Beruf machen? Ungefähr. Sie finden, dass Stolz dazugehört. Aber ich habe nicht mehr Stolz als notwendig ist, glauben sie mir. Ich weiß weder, was mich erwartet, noch was nach all dem kommen wird. Im Augenblick gibt es Kranke, die geheilt werden müssen. Später werden sie nachdenken und ich auch. Aber dringlich ist nur, dass sie geheilt werden. Ich verteidige sie so gut ich kann, das ist alles. Gegen wen? Ich weiß es nicht, Tau. Ich schwöre Ihnen, ich weiß es nicht. Als ich diesen Beruf ergriff, geschah es, ohne zu überlegen, weil ich einen brauchte, weil er so gut war wie alle anderen, einer, den junge Leute ins Auge fassen, vielleicht auch, weil es für mich als Sohn eines Arbeites besonders schwierig war. Und dann musste ich das Sterben mit ansehen. Wissen Sie, dass es Leute gibt, die sich weigern zu sterben? Haben Sie je eine Frau Nein schreien hören, die im Sterben lag? Ich schon. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich nicht daran gewöhnen konnte. Ich war damals noch jung und glaubte, mein Ekel richtete sich gegen die Weltordnung selbst. Seither bin ich bescheidener geworden. Nur habe ich mich einfach immer noch nicht daran gewöhnt, das Sterben mit anzusehen. Das ist es. Aber schließlich ... Schließlich, sagte Tarou sanft, schließlich ist es etwas, das ein Mann wie Sie verstehen kann, nicht wahr? Aber da die Weltordnung durch den Tod bestimmt wird, ist es vielleicht besser für Gott, wenn man nicht an ihn glaubt und dafür mit aller Kraft gegen den Tod ankämpft, ohne die Augen zu dem Himmel zu erheben, in dem er schweigt. Ja, ich verstehe. Nur werden ihre Siege immer vorläufig bleiben, das ist alles. Immer, ich weiß, das ist kein Grund, den Kampf aufzugeben. Nein, das ist kein Grund, aber nun kann ich mir vorstellen, was die Pest für sie bedeuten muss. Ja, eine endlose Niederlage. Wer hat sie das alles gelehrt, Herr Doktor? Das Elend. Rieu öffnete die Tür seines Arbeitszimmers und sagte im Gang zu Tarou, dass er auch hinunter gehe, da er noch in die Vorstadt müsse, um nach einem seiner Kranken zu sehen. Noch ein Wort, Herr Doktor, selbst wenn es Ihnen lächerlich erscheinen sollte, Sie haben vollkommen recht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber Sie, was wissen Sie davon? Och, ich Glauben Sie, das Leben ganz zu kennen? Ja. Sie müssen morgen ins Spital kommen, um sich impfen zu lassen, aber um zum Ende zu kommen und bevor wir anfangen, merken Sie sich, dass Ihre Chancen davon zu kommen nur eins zu zwei stehen. Diese Schätzungen haben keinen Sinn, Herr Doktor, das wissen Sie so gut wie ich. Vor 100 Jahren hat eine Pestseuche in Persien alle Bewohner einer Stadt getötet, nur ausgerechnet den Totenwäscher nicht, der nie aufgehört hatte, seinen Beruf auszuüben. Ihm ist eben die dritte Chance zugefallen, das ist alles. Aber es stimmt, dass wir in dieser Beziehung noch alles zu lernen haben. Hören Sie, Tarou, was treibt sie eigentlich, sich damit zu befassen? Ich weiß nicht, eine innere Haltung vielleicht? Und die wäre? verstehen wollen. Gleich am nächsten Tag machte Tarou sich an die Arbeit und stellte eine erste Gruppe zusammen, der zahlreiche andere folgen sollten. Was eben noch zu schildern bleibt, ehe wir zum Höhepunkt der Pest kommen, während die Seuche alle ihre Kräfte sammelte, um sie auf die Stadt zu werfen und sich ihrer endgültig zu bemächtigen, das sind die langwierigen, verzweifelten und eintönigen Anstrengungen, die ein paar letzte Menschen wie Rambert unternahmen, um ihr Glück wiederzufinden und der Pest jenen Teil ihres Wesens zu entziehen, den sie gegen jede Beeinträchtigung verteidigten. Rambert kämpfte, um nicht von der Pest verschlungen zu werden. Nachdem er den Beweis dafür hatte, dass er die Stadt nicht auf rechtmäßigem Wege verlassen konnte, hatte er Rieu seinen Entschluß mitgeteilt, andere Mittel zu gebrauchen. Der Journalist begann bei den Kellnern. Ein Kellner ist immer auf dem Laufenden. Aber die ersten, die er befragte, waren vor allem über die drakonischen Strafen unterrichtet, die auf solche Unternehmen standen. Einmal wurde er sogar für einen Spitzel gehalten. Er musste erst Rieus Nachbarn Cotard begegnen, um ein wenig vorwärts zu kommen. Er hatte Rieu wieder von den vergeblichen Schritten erzählt, die er bei den Behörden unternommen hatte. Ein paar Tage später begegnete Rambert Cotard auf der Straße, der ihn ungezwungen begrüßte. Immer noch nichts? Nein, nichts. Man kann nicht auf die Ämter zählen, sie das stimmt, aber ich suche einen anderen Weg, es ist schwierig. Aha, sagte Cotard, ich verstehe. Er kannte einen Schleichweg und als Rambert sich darüber wunderte, erklärte er ihm, dass er seit langem in allen Cafés von Uran verkehre, dass er dort Freunde habe und wisse, dass es eine Organisation gebe, die solche Geschäfte mache. Die Wahrheit war, dass Cotard sich am Zigaretten und schlechten Alkohol weiter, deren Preise unablässig stiegen und ihm allmählich ein kleines Vermögen eintrugen. Sind Sie ganz sicher? fragte Rambert. Ja, man hat es mir selbst vorgeschlagen. Und Sie haben die Gelegenheit nicht genutzt? Seien Sie nicht misstrauisch, ich habe Sie nicht genutzt, weil ich keine Lust habe vorzugehen. Ich habe meine Gründe. Sie fragen mich nicht nach meinen Gründen. Ich vermute, gehen mich nichts an. Einerseits geht Sie es tatsächlich nichts an, aber andererseits ... Nun, das eine ist sicher, ich fühle mich hier bedeutend wohler, seit wir die Pest bei uns haben. Wie kann ich mit der Organisation in Verbindung kommen? Ach so, das ist nicht leicht, kommen Sie mit. Sie schlugen den Boulevard des Palmiers ein, überquerten den Waffenplatz und gingen ins Hafenviertel hinab. Linke Hand verbarg sich eine Wirtschaft hinter einer schrägen Markise aus grobem gelben Leinentuch. Als Cotard und Rambert eintraten, wischten sie sich den Schweiß von der Stirn. Sie nahmen an einem der grünen Eisentische Platz. Cotard zog seine Jacke aus und klopfte auf den Tisch. Ein kleiner Mann, der in seiner langen blauen Schürze versank, kam auf sie zu. Er begrüßte Cotard schon von Weitem, trat an ihren Tisch und fragte, was er den Herren bringen dürfe. Cotard bestellte Weißwein und erkundigte sich nach einem gewissen Garcia. Nach den Aussagen des Kleinen hatte man ihn schon seit mehreren Tagen nicht mehr im Lokal gesehen. Glauben Sie, dass er heute Abend kommen wird? Ich stecke nicht in seine Haut, aber Sie kennen doch seine Zeit. Ja, es ist doch nicht sehr wichtig, ich möchte ihm nur einen Freund vorstellen. Achso, der Herr befasst sich auch mit Geschäften? Ja, also kommen Sie heute Abend, ich werde den Jungen zu ihm schicken. Beim Hinausgehen fragte Rambert, um was für Geschäfte es ich handle. Sie schmuggeln Waren in die Stadt, sie verkaufen zu überhöhten Preisen. Haben Sie Helfershelfer? Eben. Am Abend war die Marquise hochgezogen, rings um die Eisentische saßen Männer in Hemdsärmeln. Einer von ihnen hatte seinen Strohhut in den Nacken geschoben und trug ein weißes offenes Hemd, das seine braungebrannte Brust freigab. Er erhob sich, als Cotard eintrat. Na Abend, wir bleiben am Ausschank. Sie tranken schweigend drei Runden. Dann sagte Garcia, sollen wir gehen? Sie stiegen zum Hafen hinab und Garcia fragte, was sie von ihm wollten. Cotard sagte, dass er ihm Rambert nicht eigentlich wegen eines Geschäfts vorzustellen wünsche, sondern wegen eines, wie er es nannte, Abgangs. Garcia ging rauchend weiter. Er stellte Fragen und sagte, er, wenn er von Rambert sprach, dessen Anwesenheit er nicht zu bemerken schien. Zu welchem Zweck? Er hat seine Frau in Frankreich. Was ist er von Beruf? Journalist. Ein Beruf, in dem man viel schwatzt. Rambert schwieg. Er ist ein Freund. Jedenfalls geht diese Sache nicht mich an, sondern Raoul. Und den muss ich erst aufspüren. Das wird nicht leicht sein. Ach, versteckt er sich denn? Garcia gab keine Antwort. Nahe bei der Schenke blieb er stehen und wandte sich zum ersten Mal an Rambert. Übermorgen um elf Uhr an der Ecke der Zollkaserne oberhalb der Stadt. Am übernächsten Tag stiegen Rambert und Cotard die breiten schattenlosen Straßen hinauf, die zum oberen Teil der Stadt führen. Seltsam, sagte Cotard, wie sie sich aufs Fortgehen versteifen. Was sich ereignet, ist doch eigentlich höchst spannend. Nicht für mich. Oh, gewiss, man setzt etwas aufs Spiel dabei, aber schließlich setzte man vor der Pest genauso viel aufs Spiel, wenn man eine stark belebte Straßenkreuzung überquerte. Ein wenig später sahen Rambert und Cotard Garcia kommen, mit völlig unbeteiligter Miene und ohne eine Geste trat er zu ihnen und sagte zur Begruessung nur, sie müssen warten. Rings um sie wartete die Menge, meistens Frauen in völligem Schweigen. Fast alle trugen Körbe in der eitlen Hoffnung, sie könnten sie ihren kranken Angehörigen zukommen lassen, wahnwitzigeren Glauben, dass diese für ihre Vorräte Verwendung hätten. Das Tor wurde von bewaffneten Posten bewacht und von Zeit zu Zeit drang ein seltsamer Schrei durch den Hof, der zwischen dem Tor und der Kaserne lag. Dann kehrten sich besorgte Gesichter den Krankensälen zu. Die drei Männer betrachteten dieses Schauspiel als hinter ihnen ein klares, tiefes »Guten Tag« ertönte. »Gehen Sie stattwärts.« »Garcia, du kannst uns allein lassen.« Garcia zündete sich eine Zigarette an, während die anderen sich entfernten. Sie gingen schnell und passten ihre Schritte denen Raouls an, der zwischen ihnen ging. »Garcia hat's mir gesagt. Es lässt sich machen. Auf jeden Fall wird es sie 10.000 Franc kosten.« Robert erwiderte, das sei in Ordnung. »Essen Sie morgen im spanischen Restaurant zum Hafen mit mir zum Mittag.« Als der Journalist am nächsten Tag das spanische Restaurant betrat, drehten sich alle Köpfe nach ihm um. Aber sobald Raoul, der an einem Tisch im Hintergrund saß, dem Journalisten ein Zeichen gemacht hatte und Rambert auf ihn zuging, verschwand die Neugier von den Gesichtern, die sich wieder ihren Tellern zukehrten. An Raouls Tisch saß ein großer, magerer und unrasierter Kerl mit übermäßig breiten Schultern, einem Pferdegesicht und lichtem Haar. Er nickte dreimal mit dem Kopf, als ihm Rambert vorgestellt wurde. Sein Name war nicht erwähnt worden und Raoul nannte ihn nie anders als unser Freund. Unser Freund glaubt ihnen helfen zu können. Er wird sie Raoul unterbrach sich, weil die Kellnerin erschien, um Rambert's Bestellung entgegen zu nehmen. Er wird sie mit zwei Freunden zusammen bringen, die sie mit uns wohlgesinnten Wachen bekannt machen werden. Damit ist aber noch nicht alles erledigt. Die Wachen müssen selbst den günstigsten Augenblick bestimmen. Es wäre am einfachsten, Hohre wohnt. Unser Freund wird vorher für die nötige Fühlungnahme sorgen. Wenn alles klar ist, werden sie ihm den Beitrag für die Unkosten entrichten. Der Freund nickte nochmals mit seinem Pferdekopf, ohne dabei aufzuhören, den Salat aus Tomaten und Paprika in sich hinein zu schlingen. Dann forderte er Rambert auf, sich am übernächsten Tag um acht Uhr morgens am Eingang der Kathedrale einzufinden. Nochmals zwei Tage. Es ist eben nicht so einfach, man muss die Leute erst wieder finden. Diese zwei Tage erschienen Rambert endlos lang. Er suchte Rieu auf und erzählte ihm in allen Einzelheiten, was er unternommen hatte. Dann begleitete er den Arzt auf einem Krankenbesuch. Er verabschiedete sich von ihm an der Tür eines Hauses, wo den Arzt ein verdächtiger Kranke erwartete. Im Flur begann ein Laufen und Rufen, man benachrichtigte die Familie vom Erscheinen des Arztes. Hoffentlich verspätet sich der Ruhe nicht, murmelte Rieu. Macht die Epidemie zu rasche Fortschritte? Rieu sagte, das sei es nicht, die statistische Kurve steige sogar langsamer an, nur gebe es einfach nicht genug Mittel, um die Pest zu bekämpfen. Es fehlt uns an Material. In allen Armeen der Welt wird das fehlende Material ersetzt, aber uns fehlt es auch an Menschen. Es sind doch Ärzte und Sanitätspersonal von draußen gekommen. Ja, zehn Ärzte und etwa 100 Mann, das scheint viel, das reicht kaum für den gegenwärtigen Stand der Krankheit, das ist nicht genug, wenn die Seuche sich ausbreitet, sie sollten sich beeilen, wegzukommen. Sie wissen, dass nicht das mich vortreibt. Rieu antwortete, er wisse es, aber Rambert fuhr fort, ich glaube nicht, dass ich feige bin, wenigstens nicht oft, ich habe Gelegenheit gehabt, das zu prüfen, nur manche Gedanken kann ich nicht ertragen. Sie werden sie wiedersehen. Vielleicht, aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass dieser Zustand andauern wird und dass sie während all dieser Zeit altert. Mit dreißig Jahren beginnt man zu altern und muss jeden Tag nutzen. Ich weiß nicht, ob sie das verstehen können. Rieu murmelte, dass er zu verstehen glaube, als Tarou in sehr angeregter Stimmung erschien. Eben habe ich Panelou aufgefordert, sich uns anzuschließen. Und? fragte der Arzt. Er hat überlegt und dann Ja gesagt. Das freut mich. Ich bin froh, dass er besser ist als seine Predigt. Alle Leute sind so. Sie müssen nur die Gelegenheit dazu haben. Der Arzt entgegnete, das ist eine Aufgabe im Leben, die Gelegenheiten zu liefern. Entschuldigen Sie mich bitte, sagte Rambert, aber ich muss gehen. Rambert fand sich pünktlich fünf Minuten vor acht zu der verabredeten Zusammenkunft vor der Kathedrale ein. Gonzales war noch nicht da, also trat Rambert in die Kirche. Als er wieder ins Freie kam, stieg Gonzales gerade die Treppe zur Stadt hinunter. Ich glaubte schon, du seist gegangen, sagte er zum Journalisten. Er erklärte, dass er nicht weit von hier seine Freunde erwartet habe, die er auf zehn vor acht bestellt hatte. Aber er hatte zwanzig Minuten umsonst gewartet. Irgendetwas hat sie verhindert, das ist sicher. Bei unserer Arbeit ist man nicht immer ungestört. Er schlug eine andere Verabredung vor, am nächsten Tag zur gleichen Zeit vor dem Kriegerdenkmal. Am nächsten Morgen war Rambert wieder als erster zur Stelle und las aufmerksam die Namen der auf dem Felde der Ehre Gefallenen. Wenige Minuten später näherten sich zwei Männer, schauten ihn gleichgültig an, lehnten sich dann gegen die Brüstung der Promenade und schienen völlig in den Anblick der verlassenen öden Hafenanlagen versunken. Der Journalist entfernte sich ein wenig, setzte sich dann auf eine Bank und konnte sie nun nach Belieben beobachten. Ihm fiel auf, dass sie beide sicher kaum 20 Jahre alt waren. Da bemerkte er Gonzales, der auf ihn zukam und sich entschuldigte. Das sind unsere Freunde, sagte er und führte ihn zu den beiden jungen Leuten, die er ihm als Marcel und Louis vorstellte. Sie sahen sich sehr ähnlich und Rambert vermutete, sie seien Brüder. So, sagte Gonzales, die Bekanntschaft wäre geschlossen. Nun müssen wir die Sache selbst regeln. Marcel, es mochte auch Louis sein, sagte, ihr bis dahin müsse man den günstigsten Tag festlegen. Sie bewachten das westliche Tor zu viert und die beiden anderen waren Berufssoldaten, sie in die Geschichte einzuweihen kam nicht in Frage, sie waren nicht zuverlässig und es würde teurer werden. Aber manchmal verbrachten die beiden Kameraden einen Teil der Nacht im Hinterzimmer einer Bar. Marcel oder Louis schlug Rambert deshalb vor, bei ihnen in der Nähe des ganz einfach sein. Doch müsse man sich beeilen, denn seit kurzem werde davon gesprochen, auch außerhalb der Stadt Doppelposten aufzustellen. Rambert war einverstanden und bot seine letzten Zigaretten an. Dann erkundigte sich der, der bisher geschwiegen hatte bei Gonzales, ob die Geldfrage geklärt sei und ob sie einen Vorschuss haben können. Nein, das ist nicht nötig. Er ist ein Freund. Die Kosten Sie verabredeten sich für den nächsten Tag in dem spanischen Restaurant. Von dort aus könnten sie in die Wohnung der Wachen gehen. Gonzales sagte zu Rambert, die erste Nacht werde ich dir Gesellschaft leisten. Als Rambert das spanische Restaurant zum zweiten Mal betrat, ging er durch eine kleine Gruppe von Männern, die Stühle vor den Eingang hinaus getragen hatten, um einen grün-goldenen Abend zu genießen, in dem die Hitze eben erst abzuklingen begann. Sie rauchten einen beißend riechenden Tabak. Im Lokal war fast niemand. Rambert setzte sich an den Tisch im hinteren Teil, wo er Gonzales zum ersten Mal begegnet war. Er sagte der Kellnerin, dass er warten wolle. Es war 19.30 Uhr. Allmählich kamen die Männer ins Lokal und setzten sich an die Tische. Sie wurden bedient. Und das niedrige Gewölbe wurde vom Klappern der Bestecke und halblaut geführten Unterhaltungen erfüllt. Um 20 Uhr wartete Rambert immer noch. Das Licht wurde angezündet. Neue Gäste nahmen an seinem Tisch Platz. Er bestellte etwas zu essen. Um 20.30 Uhr war er fertig. Gonzales und die beiden jungen Leute hatte er nicht gesehen. Er rauchte. Langsam leerte sich ein lauer Luftzug, der vom Meer kam, blähte die Vorhänge ein wenig. Um 21 Uhr merkte Rambert, dass alle gegangen waren und die Kellnerin ihn verwundert betrachtete. Er zahlte und ging. Auf der anderen Seite der Straße befand sich ein Café, das noch geöffnet hatte. Rambert stellte sich an den Tresen und beobachtete den Eingang des Restaurants. Um 21.30 Uhr machte er sich auf den Weg zu seinem Hotel und überlegte, wie er Gonzales erreichen konnte. Er wusste nicht, wo der Mann wohnte. Das Herz wurde ihm schwer, wenn er daran dachte, dass er nun von vorn anfangen musste. In dieser Nacht hatte er, wie er sich später Dr. Rieu gegenüber ausdrückte, seine Frau irgendwie vergessen, hatte sich ganz darauf konzentriert, eine Lücke in den Mauern zu finden, die ihn plötzlich stechender Schmerz und er rannte zu seinem Hotel zurück, um diesem unerträglichen brennend zu entfliehen. Am nächsten Morgen ging er sehr früh zu Rieu, um zu fragen, wie er Cotard wohl finden könne. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als von vorne anzufangen. Kommen Sie morgen Abend, sagte Rieu. Tarou hat mich gebeten, Cotard einzuladen. Warum weiß ich nicht. Er kommt um zehn Uhr. Seien Sie um halb elf da. Robert fuhr, dass auch Cotard nicht wusste, wo Gonzales wohnte. Doch man könne immerhin wieder in die kleine Wirtschaft gehen. Da Rieu den Wunsch äußerte, auf dem Laufenden gehalten zu werden, lud Rambert ihn und Tarou ein, ihn bald zu besuchen. Am nächsten Morgen begaben sich Cotard und Rambert in die kleine Wirtschaft und bestellten Garcia für den gleichen Abend oder auf den nächsten, falls er verhindert sein Er hörte sich Ramberts Geschichte schweigend an. Er war nicht genau unterrichtet, aber er wusste, dass ganze Stadtteile für 24 Stunden abgeriegelt worden waren, weil man Wohnsitzkontrollen durchführte. Möglicherweise hatten Gonzales und die beiden jungen Burschen die Sperre nicht durchbrechen können. Immerhin konnte er Rambert wieder mit Raoul in Verbindung bringen. Natürlich würde das nicht vor übermorgen möglich sein. Ich verstehe, sagte Rambert. Am übernächsten Tag bestätigte Raoul an einer Straßenecke Garciers Vermutung, die untere Stadt war abgeriegelt worden. Man musste noch einmal mit Gonzales sprechen. Zwei Tage später aß Rambert mit ihm zu Mittag. Es ist zu dumm, sagte dieser. Wir hätten Mittel und Wege ausmachen sollen, um in Verbindung bleiben zu können. Morgen früh gehen wir zu den Jungs und bringen alles in Ordnung. Am anderen Tag waren die jungen Männer nicht zu Hause. Sie hinterließen ihnen eine Verabredung für den nächsten Mittag, Place du Lycée. Nachmittags traf Rambert Tarou, der nach einem kurzen Blick fragte, klappt es nicht? Ich muss von vorne anfangen. Kommen Sie heute Abend mit Rieu. Als die beiden Männer am Abend Ramberts Zimmer betraten, lag dieser auf dem Bett. Er stand auf und füllte die bereitgestellten Gläser. Rieu bediente sich und fragte, ob alles gut laufe. Der Journalist antwortete, er habe alles noch einmal durchgespielt und sei nun wieder am gleichen Punkt angelangt. Bald werde er zu seiner letzten Verabredung gehen. Er trank einen Schluck und fügte hinzu, natürlich werden Sie nicht kommen. So dürfen Sie nicht denken, sagte Tarou. Sie haben noch nicht begriffen. Was denn? Die Pest. Ach, nein, Sie haben noch nicht begriffen, dass Pest bedeutet, immer wieder von vorne anzufangen. Trambert fragte Rieu, wie sich die Sanitätstruppen machten. Es waren bisher fünf Mannschaften, man hoffte, weitere aufstellen zu können. Der Journalist saß auf seinem Bett und starrte auf seine Fingernägel. Rieu betrachtete die gedrungene kraftvolle Gestalt, die auf dem Bettrand kauerte. Plötzlich bemerkte er, Rambert ihn ansah. Wissen Sie, Herr Doktor, ich habe viel an Ihrer Organisation gedacht. Wenn ich nicht mit dabei bin, so habe ich dafür meine Gründe. Ich glaube, ich wüßte mein Leben noch einzusetzen. Ich habe den Spanischen Bürgerkrieg mit gemacht. Auf welche Seite? fragte Tarou. Auf Seite der Besiegten. Aber seither habe ich ein wenig nachgedacht. Worüber? Über den Mut. Jetzt weiß ich, dass der Mensch zu großem fähig ist. Doch wenn er nicht zu großen Gefühlen fähig ist, interessiert er mich nicht. Er scheint zu allem fähig zu sein. Eben nicht. Er ist unfähig, lange Zeit zu leiden oder glücklich zu sein. Er ist also zu nichts fähig, das Wert hätte. Was meinen Sie, Tarou? Sind Sie fähig, für eine große Liebe zu sterben? Ich weiß nicht. Jetzt scheint es mir kaum mehr möglich. Da haben wir es. Sie sind fähig, für eine Idee zu sterben. Das sieht man mit bloßem Auge. Ich habe genug von Leuten, die für eine Idee sterben. Ich glaube nicht an Heldentum. Ich weiß, wie leicht es ist und ich habe erfahren, wie mörderisch es ist. Ich will nur noch von dem leben und an dem sterben, was ich liebe. Der Mensch ist keine Idee, Robert. Er ist eine Idee, und zwar eine kurzsichtige Idee, sobald er sich von der Liebe abwendet. Und gerade zur Liebe sind wir nicht mehr fähig. Finden wir uns damit ab, Herr Doktor. Sehen ohne den Helden zu spielen. Ich mache da nicht mit. Sie haben recht, Robert, vollkommen recht. Und ich wollte sie um alles in der Welt nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Es erscheint mir richtig und gut. Doch es geht hier nicht um Heldentum. Es geht um Ehrlichkeit. Dieser Gedanke mag lächerlich wirken, aber die einzige Möglichkeit, die Pest zu bekämpfen, ist Ehrlichkeit. Was Im Allgemeinen? Für mich ist sie die Ausübung meines Berufs. Und was ist mein Beruf? Vielleicht bin ich im Unrecht, weil ich die Liebe wähle. Nein, sie sind nicht im Unrecht. Sie beide haben wohl nichts dabei zu verlieren. Es ist leichter, auf der guten Seite zu stehen. Wir müssen weiter, wir haben zu tun. Rieu ging hinaus. Tarou folgte ihm, besann sich jedoch beim Fortgehen anders, drehte sich nochmals zu dem Journalisten um und fragte »Wissen Sie eigentlich Rambert, Rieux Frau ein paar hundert Kilometer von hier in einem Sanatorium ist?« Am anderen Morgen in aller Früh rief Rambert den Arzt an. »Wenn Sie einverstanden, mich mit Ihnen arbeiten zu lassen, bis ich eine Möglichkeit gefunden habe, aus der Stadt heraus zu kommen?« »Ich danke Ihnen, Robert«. »Johan«, »Johan«, »Hu «. »Johan«, 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 Vielen Dank.